Ja, hier hocken wir uns gräbig zusammen, ratschen, gerade so was am Wochenende passiert ist oder so, man sieht sich ja dann doch nicht jeden Tag, ja, je nachdem wie es zusammen geht. Ich spiele ja unfassbar gern, es macht auch echt viel Spaß und gerade beim Theater sind ja auch immer viele Ogauer mit dabei, auch vom Chor oder vom Orchester und auf viele Freunde ist dann auch ein schöner Nebeneffekt quasi. Worauf ich mich freue, dass eben so viele verschiedene Nationen dann aufeinandertreffen und gerade in dem Alter, wo die gerade in dem Leben stehen, was die vorhaben, was die für Ziele haben, wie es bei denen so abläuft. Was ich so weitergeben will, ist erstens mal natürlich über Ammergau so ein Stück weit und gerade das Theaterspielen da nochmal was Besonderes draus macht. guns